Hallo und Blick auf! Heute wollen wir euch ein kurzes What's New über unsere neuesten Produkte geben. Und vor allem geht es um Feuer, Holz und Wein. Vor allem Wein. Und los geht's! Wir haben hier eine Befestigungsmöglichkeit an einer Hecktür eures Fahrzeugs geschaffen für bis zu vier Fahrräder. Das heißt, ihr könnt mit dem Biketray Modell 24 oder mit unserem neuen Bikelift Modell 25, welches in einem separaten Video extra vorgestellt wird. Dazu bei Bestellung gibt es unsere Modulplatte XL für die kleines bisschen prätere Montage. Und hier geht's weiter. Ah, so ein schönes Wetter. Brot, Schatz! Prost! Sch***! Hast du nicht dafür mal eine Lösung? Ah! Und jetzt zeige ich euch was Neues. Wer kennt diesen Moment nicht? Ihr wollt einen romantischen Moment mit eurem Partner verbringen, habt aber keine Lust schon wieder diesen Tisch rauszuholen und aufzubauen? Dafür haben wir jetzt die Lösung. Und damit zurück zu Hannes. Weiterhin neue Möglichkeiten für euch haben wir im Fahrzeug. Mit unserer Trennwand und unserem optionalen Zubehör habt ihr die Möglichkeit, euer Equipment auch nach oben hin weiter zu verladen. Ihr könnt große Tische, eure Stühle, alles jetzt auch nach oben verladen. Die Trennwand könnt ihr außerdem nach rechts oder links versetzen, je nachdem wie ihr es braucht. Wir haben noch mehr coole Sachen. Die nehmen wir jetzt aber mit und gehen damit dann gleich wieder zu Christian und Nancy. Hier Christian, ich habe noch was cooles für euch. Oh, was bringst denn du hier geiles? Probier es aus. Jetzt mache ich es uns warm. Eine absolut geile Geschichte und perfekt an der Heckbox montiert. Aber wer macht jetzt Feuer? Hannes! Was los? Hannes, jetzt hast du uns so eine geile Feuerschale gebracht. Feuerschale, Holz, beginne! Da habe ich was! Ebenso ein neues, kleines, aber ganz cooles Gimmick. Unser Axthalter. Passend für die Fiskars X13. Montierbar an jeder Kiste, Seitenplatte, wo auch immer ihr das hinhaben wollt. Echt cool, einfach, sicher. Ihr braucht den Schlüssel. Und schon habt ihr eure Axten parat. Macht doch mal keinen Stress, Mann. Nimm erst mal einen Schluck aus meinem Flachmann. Mhh. Jawohl. Kraft kommt von Kraftstoff und Overland. Guter Stoff beruhigt Seele und Geist. Voll in eine Axtgesport. Ich hatte eigentlich so meine Bedenken, weil du machst das ja alles mit Ebenohren. Ja, überleg mal, wenn wir mit Ebenohren hacken. Das ist weil Schwierigkeitsstufe 9. Und somit habt ihr Feuerholz und alles, was ihr auf eurem Stellplatz braucht. Jetzt zünden wir an. So, jetzt habe ich für euch alles vorbereitet. Aber hey, was ist denn da los? Da habe ich vielleicht auch noch was. Mit einer frischen Flasche Wein verabschiede ich mich. Macht's gut. Schönen Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir konnten euch einen Irrblick über unsere neuen Produkte geben. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr all diese neuen Produkte. Ciao und macht's gut. Ciao. Im Video haben wir für euch einen kleinen Teil unseres Merchentiles versteckt. Wer das findet, uns als erstes ein Beweisscreenshot per E-Mail zuschickt, bekommt ein kleines Paket als Überraschung von uns. Viel Spaß beim Suchen.